Moin moin, ich bin es mal wieder, eure Grace Natural. Wie ihr seht, seht ihr mich am Bahnhof und ich bin heute unterwegs nach Mannheim mit meiner hübschen, schönen Frau. Wir fahren heute nach Mannheim zum Konrad, etwas für die CB-Funkanlage einkaufen und vielleicht uns noch für die PMR-Geräte ein bisschen beraten lassen, weil die innerhalb des Stadtgebietes eine sehr geringe Reichweite haben. Und ich habe heute auch noch einen Gast mit dabei, so. Hallo. Hallo. Und du wolltest ja auch noch was vom Konrad, hast du ja gesagt, gell? Ja, mal schauen, vielleicht gibt es für mich, für das Naturmittel auch was, für die Puschkraft. Mal schauen. Und ja, meine Haare sitzen. Genau, okay, dann bis später. So, Moin Moin. Ich bin mittlerweile in Mannheim Eier angekommen mit meiner Frau. Und wir sind gerade auf dem Weg nach, zum Konrad. Wichtbar? Ja. Genau. Hey, hey. Und ich muss ehrlich gesagt, ich kenne mich einen Mannheim gar nicht aus. Frischbar. Jetzt musste ich gerade mal ein bisschen organisieren hier vor Ort, wie wir es weiterfahren, weil wir sind am Hauptbahnhof hier angekommen und dann hieß es 3,6 Kilometer Fußmarsch. Und dann habe ich gerade mal noch schnell organisiert, wie wir da hinkommen. Mit der Straßenbahn. Für Sülschen ein Highlight, mit der Straßenbahn zu fahren. Wird ich mal sagen. Danke. Wir waren jetzt bei Konrad, jetzt halt da drin, wie ihr seht sind kaum Autos und KUKAG. Der Konrad hat einen eingeschränkten Betrieb dort im Moment, es sind kaum Fachberater dort vor Ort und die haben sonst kaum was im Angebot, konnten mir vielleicht einen Druckluftspray gerade noch mitholen, das war's und ja, ansonsten muss ich schauen, wo ich eine ACP-Anterne hinbekomme. Ich plädiere für Viertel Lambda zwar, aber es kann ja auch sein, dass für meine Umgebung vielleicht eine halbe Lambda besser ist und dann bräuchte ich schon eine Beratung, aber wenn keine Fachberater da sind, bringt auch keine Berater was. Klar könntet ihr mir dann Scheiß erzählen, aber lieber ist er mir, er sagt mir, pass mal auf, ich kann mich schon nicht aus und ja, dann weiß ich auch, woher ich dran bin. Wie schon gesagt, das ist absoluter Notbetrieb und ja, jetzt schauen wir mal weiter, wie wir machen. Und dann können wir weiter machen. So, ich wünsche euch einen angenehmen guten Abend, meine Damen und Herren. So, wir haben jetzt bei Amazon ein bisschen rumgeschaut, wir haben uns auch bei den altbekannten Kanälen, wie zum Beispiel Heinz, Jasmio und KUKAG ein bisschen informiert und ich habe mich jetzt für folgende CB-Antenne jetzt mal entschieden, weil die andere Albrecht-Antenne, die war mir ein bisschen zu mächtig, die war 5,50 Meter groß und das war mir zu heftig hier. Und die habe ich mir von Albrecht-Hurrican 27cb Balkon-Antenne jetzt bestellt, die ist jetzt 1 Meter groß. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die jetzt ist, ne, also abwarten und Tee trinken. Und auf jeden Fall macht es für heute Feierabend und ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und ich würde dann mich über einen Daumen hoch freuen, über ein Abonnement und würde dann sagen, wir sehen uns spätestens, wenn die Antenne irgendwo hinkommt. Alle hopp dann. Ciao mit V.